Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, 360 Grad Sport and Health. Im heutigen Video wollen wir mal zusammen anschauen, wie wir denn das Krafttraining mit dem Ausdauertraining verbinden können und wie denn ein Trainingsplan für einen Radsportler über das Jahr aussehen könnte. Natürlich ist es klar, dass das kein Trainingsplan ist, der für alle gut funktioniert. Es muss auf jeden Athleten, natürlich auf die Ziele eines Athleten, einer Athletin angepasst werden. Die Dauer, je nachdem, so angepasst werden nach dem Trainingszustand. Aber es soll für euch einmal einen Überblick geben, wie denn ungefähr so ein Trainingsplan aussehen könnte. Ja, wir starten mit dem Winter und wir haben hier den Trainingsplan mit den Wochen, Woche 1, 2, 3 und 4. Und die sind in verschiedene Phasen eingeteilt, in Phase 1, 2, 3 und dann die Deload-Phase. Das heißt, ich mache drei Wochen intensiv und danach eine Woche etwas weniger intensiv. Wie könnte jetzt ein Muster-Trainingsplan aussehen für einen durchschnittlich ambitionierten Radsportler? Radsportler und zwar starten wir am Montag mit Krafttraining. Dienstag 1 Stunde, Zone 2. Mittwoch zuerst 1 Stunde, Zone 2. Und danach noch High Intensive Interval Trainings. Zum Beispiel die 4x8 Minuten oder die 3x13. 30x15er am Donnerstag. Noch einmal Krafttraining. Wie gesagt, im Winter auf jeden Fall sinnvoll, zweimal pro Woche Krafttraining ins Ausdauertraining zu integrieren. Danach am Freitag eine Pause, um am Samstag der Long Ride zu machen. Oder eben im Winter kann das beispielsweise halt auch Langlauf sein. Es kann Skitouren gehen sein, es kann Joggen sein, es kann auch etwas anderes sein als nur eben Radfahren. Ja, wie soll man jetzt das Krafttraining und das Ausdauertraining kombinieren? Wichtig ist darauf zu achten, dass wenn ihr zum Beispiel ein Zone 2 Training machen möchtet, dann ist es wichtig, dass ihr nicht davor Kraft macht, denn dann sind die Muskeln schon geschädigt. Das Energie System, das wird nicht mehr da funktionieren, wo ihr das eigentlich möchtet. Das heißt, wenn Low Intensive kein Krafttraining vorher, dann das Krafttraining lieber danach. Aber ich würde es sowieso so aufteilen, dass ihr Krafttraining an einem separaten Tag macht. Und da macht es sicherlich Sinn, dass ihr darauf achtet, dass eben Krafttraining nicht gerade vor dem Intervalltag ist, weil auch das kann dazu führen, dass ihr nicht mehr ganz die Leistung hinbekommt, die ihr eigentlich eben bei einem sehr intensiven Intervalltraining hinbekommen müsst, damit eben eure VO2 Max auch gesteigert werden kann. Und durch die Erschöpfung am Vortag durch Krafttraining kann das gut sein, dass ihr den Puls gar nicht mehr maximal nach oben kriegt, über diese 90% Marke der maximalen Herzfrequenz. Und deshalb Krafttraining an einem separaten Tag, wie ich das in diesem Plan hier zeige, dann Intervalltraining nicht nach einem Tag, welches ihr Krafttraining gemacht habt. Und ja, das ist so ein bisschen die Regel. Das wäre der Winter, dann kommen wir zum Frühling. Es verändert sich nicht viel, außer dass man jetzt in einer Woche zweimal Krafttraining hat, in der zweiten Phase dann nur noch ein Krafttraining, in der dritten wieder zwei. Und dass ich eben dann in dieser zweiten Phase, in welcher ich ein Krafttraining gestrichen habe, dafür ein K3-Intervall absolviere. Zweimal 15 Minuten zum Starten, um eben auch die VO2 Max etwas zu verbessern. Dazu gibt es auch schon ein Video auf diesem Kanal. Genau, dann kommen wir Richtung Sommer. Natürlich kommt es darauf an, wie viele Wettkämpfe ihr auch bestreitet. Deshalb, je nachdem, etwas Intensität im Training rausnehmen. Wenn ihr aber nicht viele Wettkämpfe bestreitet, dann im Sommer eher die Intensität noch etwas steigern. Das heißt, Montag Krafttraining, Dienstag eine Stunde, Zone 2, Mittwoch wie gehabt. Eine Stunde, Zone 2 plus High Intensive Intervall Training. Donnerstag nochmal eine Stunde, Zone 2, Freitag Pause. Samstag kann man einen Long Ride machen. Und am Sonntag ist jeweils freies Fahren angesagt. Das heißt, man kann entweder speziell nochmal eine Intervall Session machen. Man kann aber auch einfach mit den Kolleginnen auf die Tour gehen und da sich auch gegenseitig ein bisschen betteln. Da spielt es dann nicht so eine Rolle, in welcher Zone man sich befindet. Auch das ist gutes Training, aber halt eben nur einmal pro Woche. Genau, im Sommer sieht es eben so aus. Krafttraining etwas weniger, nur noch einmal pro Woche, damit ihr aber doch das Level einigermaßen halten könnt. Und es wird etwas mehr in die Ausdauer, ins Ausdauertraining investiert und noch etwas Intensität gesteigert. Mir ist klar, dass auch von der Zeitangaben das sehr, sehr individuell sein kann. Je nach Form, je nach Leistungsniveau. Aber es gibt euch eine grobe Übersicht, wie ihr eben die verschiedenen Einheiten miteinander verbinden könnt. Dann kommen wir noch zum Herbst. Da starten wir schon wieder mit mehr Krafttraining. Ähnlich wie im Frühling machen wir zweimal Krafttraining in der Phase 1 und nur einmal Krafttraining in der Phase 2. Herbst meistens so ein bisschen Ende Saison. Motivation, die vielleicht langsam schwindet. Vorbereitung schon auf die nächste Saison. Und deshalb ist das auch immer möglich mit anderen Sportarten, wie beispielsweise Laufen oder was man sonst noch gerne macht. Ich denke der Herbst ein bisschen diese Phase oder Spätherbst zumindest, in dem man auch einmal ein bisschen rausnehmen darf, rausnehmen soll. Und es ein bisschen gemütlicher angehen kann, um dann im Winter schon wieder für die neue Saison zu starten. Ja, das war es zum Thema Training. Wie könnte dann ein solcher Trainingsplan aussehen? Noch was kurz, die Zusammenfassung. Zuerst Zone 2 Training, danach Krafttraining vom Prinzip her. Dann lieber einen Tag Pause zwischen Krafttraining und Intervalltraining. Dass man das nicht gerade am Folgetag macht. Dann Krafttraining, wenn man es macht, macht man es eben intensiv. Und dasselbe bei den Intervalls. Auch diese, die müssen intensiv sein. Man kann natürlich auch beispielsweise ein Krafttraining machen. Und danach noch ein Intervalltraining am selben Tag. Das ist die bessere Möglichkeit, als wenn ich ein Krafttraining am Vortag mache. Und am nächsten Tag das Intervalltraining. Wenn jetzt noch Fragen vorhanden sind, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Vielen Dank, euer Robin.